Musik Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin es, euer Spooky und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe ein paar kleine Infos zu One Piece Pirate Warriors 2. Das bei uns im Sommer rauskommt, ein fester Release Termin steht immer noch nicht fest. Wie gesagt, in Japan kommt es am 20. März raus und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Scan, beziehungsweise drei. Und zwar sieht man hier ein paar Kampfszenen von den ganzen Leuten. Ist eigentlich nichts besonderes, das würde eh in irgendeinem Trailer wiederkommen. Und ja, ich finde die Kampfszenen sehen schon cool aus, aber ich hätte jetzt für den Scan ein bisschen mehr erwartet, vielleicht einen neuen Charakter oder so. Also ist jetzt nichts bombastisches der Scan und ja, hier sehen wir nochmal die ganze Bande. Also nicht die ganze, da fehlen ja Frankie und Chopper und Brooke fehlen da noch. Ähm, die werden aber auch auf jeden Fall noch bestätigt. Also die sind jetzt wahrscheinlich noch nicht bestätigt, aber die sind wirklich bestätigt. Also die müssen auf jeden Fall kommen, weil wenn die nicht im Spiel verfügbar sind, dann weiß ich auch nicht. Ähm, hier sieht man oben rechts bei dem Bild, äh, Ruffy wieder diese goldene Kugel hält. Also, die hat er ja irgendwie in Sky Island gehabt und äh, das müsste ja eigentlich ein Beweis sein, dass es Sky Island als Story gibt. Vielleicht fängt man mit der Story an und dann, oder ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie sie das einbauen wollen. Vielleicht ist das eine extra Mission oder so als DLC, keine Ahnung. Ähm, dann sehen wir oben links noch Ähnel. Ach ja, was ich vergessen habe bei dem Bild oben rechts mit dieser Kugel mit der goldenen, da sieht man ja Ruffy. Und wer genau hinguckt, sieht Ruffy und zwar mit dem Outfit von der neuen Welt. Jetzt fragt sich jeder, hä, neue Welt, Ruffy, Sky Island, wie geht es, Sky Island, wie geht es? Das ist ja noch am Anfang gewesen, Sky Island und ja, ich weiß jetzt nicht, was die damit bezwecken wollen, dass hier Ruffy das neue Outfit hat von der neuen Welt, aber hier schon in Sky Island ist. Also, bin ich noch gespannt, vielleicht ist das irgendwie noch ein Fehler, müssen sie vielleicht noch bearbeiten, man weiß es. Ja, ansonsten war das jetzt von dem, von diesem Scan hier und so. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr jetzt noch von dem Spiel. Hofft ihr, es wird besser, glaubt ihr, es wird scheiße, was weiß ich, schreibt es einfach in die Kommentare, mich interessiert. Ich lese wirklich jeden Kommentar immer durch und versuche auch echt jeden zu beantworten, aber irgendwann wird es dann doch zu viel und dann, ja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, schreibt einfach in die Kommentare, mich würde es freuen und ja, das war es dann. Ich bin euer Spooky, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.